Was ist das hier für eine Platte dran? Was für eine Platte? Genau das, was ich nicht brauche. Du brauchst übrigens nicht sneaken, um das Ding abzumachen oder was? Ich mach das schon aus Gewohnheit. Das, das und das. Fertig. Wie hast du das jetzt hinbekommen? Mit dem Tankstil. Aber ich dachte, du brauchst das andere Schatzzeug dafür. Diesen Squidding da oben. Ne, ne, das ist für die Questreihe 5 oder 4. Ähm, wir haben einen Generator. Der Plasma braucht. Hammer doch. Okay, mit der Picke dauert es den abzubauen, das ist mir ein bisschen zu riskant. Ah, okay. Merken, French benutzen. Ich schau doch einfach nur auf die Mod, wenn der Tag Reborn steht, immer mit der. Da steht leider gar nichts, weil ich müsste das sonst bei Jai suchen und da hab ich keinen Bock drauf jetzt. Da hab ich immer noch dein Meet Free Dingsbums offen. Nein, als der stand, da steht ja immer die Mod, wenn du auf den Blog schaust. Ach so, pff, nö, da guck ich doch nie drauf. Sollte man vielleicht mal. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ach du. Machine Casing. Chiseled, also Stein und Quartz Enriched Eisen. Und Advanced Prozessor. Prozessor Binding. Ach, wir brauchen Slyballs. Das Baustisch, oder? Ich guck mir grad, ich guck mir grad aus dem Questabschnitt 5 den Disk Drive an. Aber ich glaub, da wollte der den, äh, wollte der den, doch den Disk Drive. Ach so, oh geil, wir kriegen ja mehr. Hm. Ich dachte, du wolltest 5 nicht machen. Da oben die Reihe mach ich nicht. Oh, Extrem Energy. Ja. So, ich hab jetzt hier so ein Fusions-Kontroll-Computer, für was der auch immer gut ist. Ich, ich schau schon gar nicht, was wir machen. Drück mal auf das Haar. Ja. Die Teile hast du ja. Ja. Aber wo baue ich den hin? Das ist ein Reaktor, oder? Nee. Keine Ahnung. Bin raus. Oh, Mann. Äh, 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 äh. Ich... Ich glaub, ich werd den wohl... ... oben setzen, ne? Weil hier unten, ich sag mal so, sieht das beschissen aus. Da, da kommen die Maschinen, ähm, sich in Weg. Und hier oben könnte ich den in den Boden einbauen. Nur wenn ich den hier hinsetze... ... und hier oben ist, glaub ich, noch eine andere Kiste... ... ja. Noch eins zur Seite, also... Kann man mir mal erklären, wie ich die Scheiße wieder hinkrieg? Du müsstest die Maschine normalerweise nochmal anklicken und nochmal auf das Haar drücken. Oder reconnecten dann? Ähm. Ja? Irgendwas stimmt gerade nicht. Der Industrial Blast Firmist hat keinen Sturm. Jedenfalls nicht genug. Äh... Er kriegt... Ah, jetzt geht's wieder. Ach, weil er fertig ist. Aber vorher ging da auf einmal Rapide runter. Joa... Hat dem Power noch nicht gereicht. So, 60 Stück davon. So, und was macht der jetzt? Nur Rezepts. Damit kann man wieder Rezepte herstellen. Ach, und der braucht Strom. Dachte ich mir. Irgendwie braucht der alles Strom. Aber das sieht an der Decke unten geil aus. Äh... Der kriegt keinen Strom. Warum das? Hä? Was soll das vielleicht von hinten anschließen? Äh... Da musst du die Slots wieder konfigurieren. Nee, 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 nee. Der geht nur von hinten, ne. Der hat... Alter, der hat 40 Millionen FE-Speicher drinne. Das dauert, bis der voll ist. Ja, gut. Du hast glaube ich eine Iron Gear von dir aufgesammelt. Ja. Da hat jemand den Ring ab... Nein. Gehabt. Nein. Die sind die ganzen Offen haben schon im Backpack. Ey. Ich habe aber das da. Allein der zieht mir halb Leben ab. Soll ich nochmal mit einem Bogen kommen? Nee. Ich glaube, der hast du ja nochmal abgegradet, oder? Das ist so ein Vanillabogen mit Vanilleverzauberung. Ähm... Eigentlich wäre es sowieso, bevor wir mit 5 anfangen, dass wir 4 fertig machen. Also die Jetpacks und die Miner. Pff... Ja... Die Miner fressen sowieso wieder Ressourcen ohne Enden. Ohne Enden. Hm. Weil die ja immer wieder größer werden. Das heißt, ich muss immer wieder die Strukturpanele herstellen. Das heißt, da gehen auch wieder Diablöcke flöten und und und. Wieso sind Monster bei mir in der Nähe? Hä? Die sind hier oben. Es ist Nacht. Ja, aber ich kann nicht schlafen deswegen. Es gibt keinen Sinn. Ja. Oben ist jetzt auch keiner mehr. Warum hast du heute den Bessel Pink? Das ist sonst nie der Fall. Äh... Äh... Da ist nix drin... Äh... Ich soll... Egal, es wird eh schon Tag. Naja... Und hier unten... Keine Ahnung, ob hier vielleicht ein Holraum irgendwo ist. Äh... Da... 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 Mum... Ich sch machst es immer noch nicht... Man, ey... Scheißverficktes Dreckshuren-Mistteil! nix nix ich habe noch ein bisschen vor mich hingeschimpft in der aufnahme und so bin ich so bleibe ich so lebe ich und so kennt man mich ich habe ja was zu dem spurt gesagt ich weiß von nix ich krieg low stone und nur loot chest redstone ist da drin wollte ich alles schon immer mal haben glaube ich die auswahl gottes elektron haben wir doch noch irgendwas hat so freut einiges mitgebracht 90 stück die müssten sogar glaube reicht ein zwei drei vier fünf ach du scheiße vergisst du darfst jetpacks gerne machen entspannt dass ich zum abschluss machen hier wir haben ja noch die verteilt wo sind die in der kiste wo ich drauf stecke dass wir die neu einfach irgendwie anschließen ok der braucht schon mal nicht vorne sein den du davon gemacht hast ok der da hier ist muss vorne rein hier ist der mob so ein arschloch könnte es naja lassen wir es so sieht irgendwie geil aus ähm der hat anscheinend redstone signal probleme aber irgendein redstone signal welcher als das block adds auto-crafting to the fabricator or it's need a processor and your more storage block if you give the craft a name exeiner du liegst mal zu ende der nee nicht so ein name willst du es dann den name brauche ich auch kein eingeben da musst du den namen des items was das kraften soll reintun äh ich muss sowieso das ding noch mal abbauen weil irgendwas äh the crafter needs a redstone signal to work äh if you give the crafter a name if you only pull items from items doll schlüssel bla 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 da da das 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 ich hoffe hier läuft noch alles ja guck einfach mal du musst die ganzen teile vom ersten und zweiten jetpack auch noch mal herstellen wir betrachten einfach mal kurz wer hat die meiste spielzeit der stellt das her ist mit fünf tagen das ist mittlerweile vergiss es weißt du wie viel quadruple batterie nicht wieder herstellen darf nee mach ich nicht wir mit der ehe in zwei tagen langweilig in zwei tagen spiel ich star wars und kommen erst auf konnte wieder wenn du die jetpacks alle fertig hast da kannst du lange warten wenn ich kommt morgen wahrscheinlich nicht und samstag auch nicht samstag kommt montag kommt so fertig hatten redstone signal hat nur kein rezept drinnen stell dich mal hier drauf und guck mal wie ich das gerät gelöst habe ich habe einfach nur eine fucking redstone torch dahinter gesetzt mehr wollte er wahrscheinlich gar nicht wie gesagt ich mach das jetpack nur unter einer bedingung ich gewisse köpfe und gast hier gefahren aber ich gerne geht sogar so weit dass du wimmer bäder also die beiden quests macht das ist kein problem denn mit dem da ist das machbar ja das musste sein da kann ich mir schon mal die zig hier geht es runter die zwei köpfe hier einheims ne ja dann gehe ich in den neta das buch brauche ich erstmal nicht schürigen bogen bleibt nehm ich mir aber vorsichtig aber die goldadu hier mit sicher ist sicher problem woher kriege ich ein magmatic dynamo ein was für ein ding magmatic magmatic dynamo kann ich nicht herstellen brauche ich aber keine ahnung ich bin im neta ich weiß jetzt schon dass der anderen die quest scheitert hä wieso ich geh mach jetzt erstmal den wizard nein ich meine nicht deine quest ich meine das mit dem jetpack ja warum man muss dir das echt mal anschauen weil wenn ich auf das rz klicke kann ich nicht weiter klicken das reinforced jetpack machst du als erstes genau und da unten die reinforced thruster wenn du da auf gehst und da noch das mittlere teil warte rein reinforced thruster magmatic ja viel spaß hä wen deswegen wie ist der dynamo den du brauchst magmatical dynamo gibt es hier nicht ja gibt es nicht es gibt nur steam dynamo basic und creative compression dynamo basic und creative reactant dynamo und innovations dynamo basic und dinge kann es halt sein dass man das kleine finden kann und wenn ja wo das wäre eine echt gute frage ich bin erst mal auf der suche nach einem wieser kopf in der hoffnung dass ich heute vielleicht noch keinen mehr klatschen kann mit allein du kleines schwein es braucht ihr wieder bis die hier spawnen oh ich habe aber schon eins gehört höh ich höre ein wieser aber ich sehe den wieser skelett aber ich sehe es nicht ist ein kleines bisschen beschiss hier das ganze ich sehe den wieser ich habe zwei drop of evil aber ich brauche einen kopf ich bin ja auch bescheuert warum mache ich mir das so kompliziert keine ahnung warte du bist ja ich kann das doch alles zu hause machen inwiefern warte ich habe das glas nicht eingesammelt normalerweise spawnen doch auch hier ähm so ist das skelette hoffentlich müssten sie außer der mod entwickler ausgestellt weil da waren ja schon ich glaube auch wie wir und die ganzen knochen sachen drin das hatte ich reingelegt weil das ja die mob blutküste ist ich war aber der meinung ich hatte das war doch immer ach nee 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 bei witchwater wenn witchwater gesetzt wird jetzt müsste ich wieder um ändern kannst du kurz mal in dem rezept schauen ob ich triple oder quadruple batterien brauche ich glaube die größeren ich glaube die größeren ja ich habe doch glaube noch zwei davon drinnen quadruple brauchst du ja denk dran du musst es doppelt herstellen für zwei jetpacks das weiß ich ja ob ich mache ist die andere sache ja dann fliegst du mit dem rum dass du hast und gibst mir das neue ich kann das neue auch wieder vernichten mir geht es nur um die quest du wirst das neue brauchen für das nächst bessere dann wieder schon mal daran gedacht also ist nix mit vernichten so aber die folge ist jetzt lang genug ich werde jetzt die köpfe offscreen fahren rockstar dance until i drop my life is just hard in my home is the club my stage is the dance your party never stop